Gerade in der heutigen Zeit mit Corona und und sind solche Dinge einfach auch wichtig. Und ich finde einfach, man muss einfach mal sagen, wir haben jetzt eine Situation, wo wir durch sehr viel Leichtsinn wieder reingekommen sind. Wir haben das große Privileg, dass wir spielen können, dass wir unserem Job nachgehen können. Viele können es nicht machen. Ja, ich meine, die Aufgabe ist einfach, das jetzt zu akzeptieren, so wie es jetzt aktuell ist. Wir sind Vorbilder. Wir waren die Ersten, die erste Liga, die spielen durfte wieder. Wir waren Vorbilder für viele Ligen, für viele Nationen und wir haben sehr gut gemacht. Ich trage die Maske so oft, wie es letztendlich erfordert ist und ich halte Abstand. Ich habe soziale Kontakte wirklich reduziert, total reduziert. Wenn ich mal irgendwo hin essen gehe, dann gucke ich, dass ich das irgendwo im Freien machen kann und mit Abstand, mit sehr viel Abstand. Das sind einfach Dinge, die für mich wahnsinnig wichtig sind. Die Bilder, ob das jetzt die Demonstrationen und und und, wenn ich da sehe, auch teilweise in Stadien, ohne Abstand, ohne Masken, auch im Ausland, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar in der heutigen Zeit. Und ich denke einfach, wir müssen das so, wie es aktuell ist, einfach akzeptieren, weil natürlich auch viele Berufsgruppen einfach darunter leiden und da eine Solidarität letztendlich auch zeigen, auch von Teilen der Regierung, dass man diese Berufsgruppen einfach auch unterstützt. Das hoffe ich und das ist ja auch so angedacht. Aber nochmal, die, die arbeiten können und die Leute einfach, wie soll ich sagen, wir sind da in dieser Hinsicht wirklich privilegiert. Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir vorbildlich dann auch mit der Sache umgehen. Und dann, wie soll ich sagen, wir sehen, 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 Vielen Dank.